Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu Selshock Live im Singleplayer. Ihr habt es euch ja teilweise auch gewünscht und Bado hat mich sowieso dazu verdonnert und deswegen spielen wir das jetzt einfach. Ich habe dieses Level hier schon gespielt und das heißt, wir bewegen uns einfach mal auf das Level 15 zu. Okay, äh, Mission, Destroy Enemy Tanks and Targets. Okay, Freunde, wir werden jetzt einfach mal gucken, dass ich das hinbekomme mit einem Shot, oder? Mit einem fucking Shot. Den treffe ich sowieso niemals im Leben, das könnt ihr mal sowieso wissen. Na, das war viel zu weit. Ich habe quasi, ich habe den Singleplayer noch nie gespielt. Ich habe quasi die Möglichkeit, die, ähm, ständig hier zu treffen. Gut, gut, okay, der Noob Detox wieder, der ist bestimmt zu kurz. Ne, der kommt genau. Okay, okay, ähm, wow, der ist gleich im Arsch, oder wie? Ich versuche mal nicht vorzufahren, ich versuche mal den so zu treffen. Oh, oh, Alter, das war fucking viel zu weit. Ah, der war ein bisschen zu kurz, der war ein bisschen zu kurz, der war ein bisschen zu kurz. Okay, ich habe keine Ahnung und ich hatte auch keine Ahnung, dass es so läuft hier. Hey, ich habe es geschafft. Freut mich, ich bin der fucking Beste nochmal. Man kriegt so scheinbar ja auch, ähm, XP. Ich bin jetzt Level 26. So, jetzt komm her, komm schon, Splitter. Jawohl. Ach, super, ey. Ich wollte die beide treffen. Ich muss ein bisschen zurückgehen. Vielleicht geht das dann. So. Komm schon, komm schon. Ich will beide. Ich will einfach nur beide. Teil dich auf. Ah, super. Oh, okay. Der war zwar nicht schlecht, aber ich wollte eigentlich beide treffen. Na gut, dann eben nicht. Aber der trifft jetzt sicher. Yes, sir. Yes, sir. Okay, jetzt muss ich hier, ähm, hitten. Hit all targets to complete the mission. Was? Das ist dein Ernst? Das war ja eine krasse Mission, ey. Ich glaube, die ersten Level, äh, sind relativ leicht. Ich glaube, die ersten Level, äh, sind relativ leicht. Okay, ich glaube, dass es jetzt hier gerade am Anfang relativ einfach ist. Ähm. Komm her. Ja, relativ simpel. Diese, ähm, Singleplayer-Missionen. Aber, ey. Wir, ähm, hauen die jetzt einfach mal durch. Soweit wir es schaffen. Gucken wir mal, ob ich, äh, dementsprechend noch ein bisschen level. Peak Perfection. Destroy enemy tanks and targets. Ich habe vier Schüsse. Oh, okay, da okay. Oh, okay, fuck you, da okay, leh. Oh, verdammt. So, dann ein bisschen stärker. So, jetzt, komm. Komm, komm, komm. Yes, sir. Yes, fucking sir. Ich bin der Beste, Mann. Ralf, Level 10. Wir haben hier Ralf, Level 10. Ich glaube, Ralf, ähm, ich glaube, Ralf schießt. Oh, mein Gott. Ich glaube, Ralf schießt. Oh, ja. Ralf schießt. Tja, Ralf, der ging wohl ein bisschen daneben. Oh, verdammt. Ich sollte, ich sollte meinen Maul halt nehmen. Ich sollte meinen Mund. Das ist nicht gut. That's not fucking good, my little friend. Oh, Mann, ey. Komm schon. Ja, in die Kohle. Das wollte ich. Das war's, was ich wollte. Dankeschön. 20 Damage. Ist das dein fucking Ernst? Nee. Alter Schwede. Der hat hier die fette Snake rausgehauen. Aber nicht mit mir, mein Freund. Leck mich am Arsch. Area Strike for the win. Komm. Jawohl. So muss man das machen. Tja, Ralf, hab ich dich so richtig gef... Okay, äh, Destroy Enemy Tanks, think one, think two. Äh, das ist, das ist wirklich, das, das ist, das ist wirklich schön. Wisst ihr was? Da hau ich mal direkt einen Disco Ball rein. Aber direkt einen Disco Ball. So, komm her. Ach, kacke, nee, oder? Oh Gott, hab ich einen Muscle. Ah, der ist, glaube ich, knapp drin, oder? 18 Damage. Wie schlecht. Ja, natürlich. Natürlich, klar. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin einfach nur tot. Sniper. Oh, oh, oh. Nein. Nein, das gibt es einfach nicht. Das kann nicht wahr sein, ey. Dass ich diese Scheiße nie treffe mit diesem dummen, blöden Sniper. Ja, triff deinen eigenen. Das wäre, das wäre, das wäre really, really, really impressive. Wirklich really impressive. Mein Gott, ey. Fucking Disco Ball. Komm schon, hau raus, den Shit. Dankeschön. Dankeschön. Wenigstens etwas. Was nehme ich denn als nächstes? Ich glaube, ich nehme den Bulger. Das war dann wohl ein Satz mit X, ich glaube. Nein. Okay, gut, den Bulger. Nein, der war zu weit. Ich bin so eine Missgeburt. Der war, oh ja, triff deinen eigenen. Am besten. Ey, ich schaffe es hier nicht gegen den Computergegner. Was ist denn eigentlich mit mir los? Was ist denn eigentlich mit mir verkehrt? Okay, ich versuche, ähm, naja, ich mache es jetzt mit dem Pixel. Ich beende es. Ich beende es mit dem Pixel. So. Und jetzt muss ich mich auf den Frank-One konzentrieren. Den blöden Hund. Oh, nee, ne? Okay, gut, zieht zum Glück nicht viel. Was soll ich denn nehmen, ey? Ich könnte mit dem Hoverball, könnte ich mal rangehen. Oh Gott, Alter. Mit Pitox, geh dich begraben. Ganz ehrlich. Oh, 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 oh. Oh, 13 HP. Ich muss hier weg. Oh, kacke. Kacke, 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 kacke. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Spikes, Spikes bringen mir doch nichts, oder? Oh Gott, Alter Schwede, okay. Der war nicht schlecht, ja? Der war nicht schlecht. Das müsst ihr zugeben. Der war definitiv nicht schlecht. Mission complete. Bin ich gespannt. Jetzt bin ich da bald ein Level up. Nicely done. Ich versuche es mal direkt mit einem Shot. Ach so. Okay, ich habe drei Schüsse. Nee, das muss ich mit dem Digger machen. Das muss ich mit dem Digger machen. So, der ist tot. Und dann gehen wir... Ich werde wirklich besser, was das Aiming auch angeht. Ich bin nicht schlecht in solchen Spielen, wenn ich versuche, das alles ernsthaft zu betreiben. Dann kann ich das auch, Leute. Und ich werde im Aiming immer besser. Okay, Level up, Level 27. Und ich habe die Spermienwaffe anlackt. Das ist nice. Nicely fucking done. Okay, was haben wir hier? Captain Level 20. Ähm, juckt mich ehrlich gesagt wenig. Komm schon. Oh, perfekt, Alter. Perfekt. Fucking perfekt. What? Okay, ich kannte die Waffe so nicht. Ich kannte sie leider so nicht. Deswegen, ähm... Ich nehme die da. Ich weiß nicht, wie sich die verhalten von... Oh ja, das ist gut, oder? Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Yeah, make it rain. Make it, make it rain. Make it rain. Nein, 40 Damage, das ist nicht gut. Ich hätte vielleicht lieber meine Route verändern sollen. Oh Gott, des Willen im Himmel. Schenke ihm doch einen Pimmel. Könnt ihr es mit der Flower machen? Der Beacon ist scheiße. Ich mache es mit dem... Ich mache es mit dem Bolt. Mit dem Bolt, mit dem Bolt, mit dem Bolt. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, nee, ne? Nee, ne? Ich bin so ne Missgeburt. Ich hab... Wow, wow, wow. Triff mich ja nicht, ey. Triff mich ja nicht. Dankeschön. One Bounce Beacon. Das ist alles kacke. Ich... Ich... Ich nehme die Flower. Ich nehme die Flower. So, ein bisschen höher. Die geht jetzt wahrscheinlich zu weit. Ja, die geht zu weit. Fuck you. Fuck you. Das ist doch nicht dein Ernst. Hau ab mit deiner Scheiße. Geh weg. Leave me alone, motherfucker. Dankeschön. Counter 3000. Ich hau jetzt den Counter 3000 rein. So. Hier runter. Komm schon, komm schon. Yo, der, 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 der trifft mich. Der trifft mich. Ey, was ist los? Was ist los mit mir? Das gibt es nicht. Ich brauche... Ich brauche richtige Waffen. Versuch's mit der Granate. Aber die wird drüber gehen. Dann sollte sie jetzt zurückbouncen. Natürlich Detox. Weil du genau weißt, dass die zurückbouncen. Oh, Mann ey. Was ist denn los mit mir? Ich habe... Ich habe keinen Death Weight. Ich habe gar nichts. Das mache ich jetzt mit dem Twinkler. Ähm... So. Ein bisschen höher. Komm schon, komm schon. Komm schon. Komm schon. Der muss doch... Ja, bitte. Bitteschön. Dankeschön. 25 Damage im Twinkler. Oh. Ein Roller. Ich habe noch eine Palme. Ich glaube, ich nehme die Palme her. Hau mir ab mit deiner Scheiße. Hau mir ab mit deinem... Ne. Hm, hm, hm. Oh, Alter. Ich habe aber auch ein übelstes Dusel. Habe ich. Ein übelstes Dusel. So, jetzt aber. Komm schon. Komm. Okay, 15 Damage. Naja, besser wie in die Hose geschissen. Ähm, ich könnte das mit dem Roller mal probieren. Der macht ja auch, ähm, relativ gut Damage. Äh, so. Perfekt, Alter. Dann 32 gekrittet und direkt getroffen. Direkt getroffen, ja. Nicht... Oh Gott, ey. Ich habe wirklich... Ich habe wirklich extremes Lack. Tun wir mal den Beacon noch. Oh, Kacke. Der Bounce zurück. Nee. Nee. Nein. Daran habe ich nicht gedacht. Äh. Äh. Nein. 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 Oh, Kacke. Okay, ich habe noch die Snake. Die Snake sollte aber gehen. Die sollte jetzt aber gehen. Dankeschön. Puh, okay. Okay. Ich hatte den Mikkel raus, aber ich hatte vergessen, dass die zurückbaut. Hatte ich, äh, hatte ich vergessen. Okay, Leute. Ähm, oh, äh, Stone. Ich habe Stein freigespielt. Jetzt machen wir noch eine Mission von dem nächsten Ding und den Rest machen wir dann in einer anderen Singleplayer-Fahrt. Okay, ähm, Rebound. Rebound. Okay, ähm, probieren wir mal Rebound aus. Rebound ist auch relativ cool. Der Modus an sich ist auch relativ, äh, relativ nice. Relativ nicely done. Und... Puff. Skillshot. Okay, Leute. Das war es dann mit der Singleplayer-Folge von Cell Shock Live. Ein bisschen ruhiger und nicht so mit dazwischen gequatscht. Mit keinem geilen Bart oder immer seine Hose auszieht. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, würde ich mich über tausende von Däumchen freuen. Und dann sehen wir uns in einer nächsten Folge von Cell Shock Live. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Und ciao. Däumchen.